Wie kann Führung einer Schule im virtuellen Kontext gelingen? Das Webinar ist Teil der Online-Themenwoche Digitale Schule auf dem Kulturwandel, kommt es an, die von der Deutschen Schulakademie zusammen mit der Agentur Johann Kondotten veranstaltet wird. Die Woche läuft schon seit ein paar Tagen. Sie endet morgen mit einem großen Barcamp. Mein Name ist Johannes der Witte. Ich darf heute das Webinar moderieren. In meiner Hauptberufung bin ich Gründer und Mitarbeiter an der kleinen Dorfschule Lars-Hanner-Winkel, der demokratische Schule oben in Vorpommern. Ebenfalls in der Moderation ist heute Lena Häusler von der Schulakademie. Sie wird den Chat und eure Fragen im Blick behalten. und diese Impulse mit ins Webinar bringen. Hallo Lena. Hallo Indian. Wie kann die Führung einer Schule im virtuellen Kontext gelingen? Das ist eine Frage, die besonders jetzt gegen Ende der Themenwoche mir ziemlich passend erscheint. Wir haben in dieser Themenwoche viel darüber gehört, wie Kulturwandel praktisch aussehen kann. Und wir haben viel darüber gehört, warum es diesen Kulturwandel überhaupt braucht. Aber weitaus schwieriger scheint die Frage zu sein, wie genau dieser Kulturwandel tatsächlich in die Schule kommt. Wer genau übernimmt denn Verantwortung für Veränderung? Um jetzt eine Definition von Führung gleich mal in den Raum zu stellen. Und wie funktioniert das? Wie kann das gehen? Und genau mit dieser Frage beschäftigen wir uns in der nächsten Stunde. Der Plan für diese nächste Stunde sieht folgendermaßen aus. Nach einem Check-in sprechen wir erst mit Anna Fröhlich und dann mit Michael Schubert, gehen dann in eine Reflexion in Kleingruppen, um zum Schluss noch viel Zeit zu haben für Fragen an unsere beiden Referierenden und enden dann um 17.15 Uhr. An dieser Stelle möchte ich die beiden Impulsgebenden auch einmal vorstellen und herzlich begrüßen. Zum einen ist bei uns Anna Fröhlich. Sie ist Grundschulleiterin und Schulleiterin an der Grundschule Westersburg in Solingen. Herzlich willkommen, Anna. Herzlich willkommen von mir auch hier in die Runde. Außerdem ist heute bei uns Maike Schubert, Schulleiterin der Stadtteilschule und Reformschule Winterhude und im Programmteam der Deutschen Schulakademie für das Thema Lernen in der digitalen Welt zuständig. Herzlich willkommen, Maike. Danke, alle zusammen. Schön, dass ihr da seid. Bevor wir loslegen, noch zwei technische Punkte. Zum einen, das Webinar wird aufgezeichnet und online gestellt. In der Aufzeichnung zu sehen sind allerdings nur diejenigen, die hier vorne im Spotlight sind. Also ihr als Teilnehmenden, die hauptsächlich heute zuschaut und zuhört, werdet nicht mit aufgezeichnet, auch nicht in den Gruppenphasen hinten raus. Zum anderen nutzen wir für die Kommunikation mit euch den Chat von Zoom. Und ihr fändet das Chat-Symbol unten in eurer Listleiste. Und probiert es doch jetzt mal aus. Denn im Verlauf des Webinars werden wir einige kleinere Umfragen durchführen. Und da werden die Links dazu werden im Chat auftauchen. Und auch, wenn ihr Fragen an die Moderation habt oder Kommentare, postet die gerne im Chat. Für die Fragen an die Referierenden nutzen wir heute ein Extra-Tool, das ich gleich vorstellen werde. Die gehen im Chat wahrscheinlich eher unter. Also diese gleich in dem Extra-Tool eher stellen. Wir fangen an mit einem kurzen Check-in. Die Frage, die ihr mit eurer digitalen Bildnachbarin besprechen könnt, lautet, ganz klassisch, was muss in der nächsten Stunde passieren, damit ihr sagt, es hat sich gelohnt, hier zu sein. Ihr findet diese Frage auch nochmal im Chat, aber so schwer ist es sich nicht zu merken. Was muss passieren, damit ihr sagt, oh, da habe ich was mitgenommen, es hat sich gelohnt, dass ich bei diesem Webinar dabei war. Ihr habt in den Räumen gleich drei Minuten Zeit. Das ist auch eine Zeit, um zu gucken, ob die Technik funktioniert und ob ihr einander gut verstehen könnt. Aber sollte die andere Person nicht auftauchen, in Wort oder Bild, dann genießt einfach die zwei Minuten, die ihr habt in der digitalen Stille und kommt dann zurück in den Hauptraum. Und jetzt überlegt doch nochmal kurz für euch, was in der Stunde passieren sollt, damit ihr sagt, es hat sich gelohnt, hier zu sein. Und damit schicke ich euch auch schon für die nächsten drei Minuten in die Breakout-Räume. Viel Spaß beim Check-in. Herzlich willkommen zurück im Hauptraum. Jetzt habt ihr euch untereinander schon etwas kennengelernt und um euch als Teilnehmende noch besser kennenzulernen und das Webinar besser auf euch abstimmen zu können, haben wir noch eine kleine Einstiegsumfrage vorbereitet. Dazu öffnet doch bitte jetzt einmal den Chat und im Chat findet ihr den Link zu einer Umfrage. Klickt doch bitte mal auf die Umfrage. Ausfüllen sollte nicht länger als 30 Sekunden dauern. Und gucken wir gleich zusammen auf die Ergebnisse. Sie könnten und ihr könnt alle Umfragen auch ansteuern, indem ihr auf menti.com geht und dort den Code eingebt, den Lena im Chat auch gepostet hat, falls ihr das von einem Endgerät machen wollt, mit dem ihr hier nicht gerade auf Zoom unterwegs seid. Und wir schauen schon mal, während ihr noch die letzten Fragen beantwortet, schauen wir schon mal auf die Antworten der ersten Frage. Warten noch zehn Sekunden, bis alle die hinteren Fragen ausgefüllt haben. In welcher Rolle bist du heute hier? Es haben sechs Leute, die sich als Schulleitung identifizieren, jetzt sieben, 16 Lehrerinnen und Lehrer, ein Elternteil, Referendarin, Referendar, 14 Sonstige. Die Erfahrung im Bereich Digitalisierung und neue Lernkultur ist unterschiedlich verteilt, allerdings sehr deutlich im oberen rechten Quadranten. Also ihr seht hier oben einige Leute, die mit beiden angeben, sehr viel Erfahrung zu haben. Einige wenige, die mit beiden wenig Erfahrung haben, aber dann gibt es auch Menschen, die sich viel mit Lernkultur auskennen, aber nicht viel mit Digitalisierung, also das zumindest von sich behaupten. Und einige, die sagen, die Digitalisierung, bin ich ziemlich fit, neue Lernkultur, noch gar nicht so mein Ding. Also diverse Zuhörenden schafft heute aber tatsächlich, das kann ich auch im Vergleich zu den anderen Webinaren sagen, sind wir hier weiter rechts oben als bei den anderen Webinaren. und wir haben die vier Thesen, da haben wir die Ergebnisse wie folgt. Die meisten haben einen ganz deutlichen Schwerpunkt hier auf Zustimmung zu der Aussage, dass sie praktisch interessiert, wie Anna Fröhlich und Maike Schubert in ihren Schulen das Thema Führung umsetzen. Das Thema gute Schule im virtuellen oder digitalen Kontext ist auch, das findet auch Zustimmung. Allerdings gibt es da auch Leute, die sagen, ach, das Thema an sich gar nicht so viel. Das theoretische Interesse für Führung oder zum Beispiel der Unterschied Führung, Leitung ist hier auch unterschiedlich stark gewichtet. und wir haben wenig Menschen dabei, aber auch einige, das sieht man hier im unteren Bereich, die, wenn sie das Wort Führung hören, am liebsten schon weglaufen möchten. Aber die meisten sind heute hier, weil sie nicht weglaufen vor dem Wort und das auch nicht wollen. Und damit können wir auch schon anfangen, mal zu hören, wie Anna Fröhlich das Thema Führung in ihrer Schule ganz praktisch umsetzt. Wir fangen mit Anna an und gehen jetzt mal gedanklich nach Solingen. Anna, du warst noch nicht lange, du warst noch nicht lange Schulleiterin, als Corona irgendwann kam. Beschreib doch mal deine ersten Wochen an deiner neuen Schule und erzähl uns, in welcher Choreografie du in dieses Amt, in diesem verrückten Jahr 2020 gekommen bist. Ja, sehr gern. Erstmal nochmal herzlich willkommen auch von meiner Seite und danke, dass die Möglichkeit besteht, heute einen kleinen Einblick auch in meine Schule geben zu können. Der Name ist klar, ich bin Schulleiterin einer Grundschule, wir sind dreizügig, aktuell mit 288 Schülerinnen und Schülern und mein Team ungefähr 35 Erwachsene, die rundum für alle Sorgen, Nöte und Freuden da sind. Ja, Johannes, du hast es eben gesagt, ich bin ein Frischling, das ist richtig und ich bin seit dem 7.1. diesen Jahres in die Schulleiterposition gekommen, war vorher knapp sechs Jahre Konrektorin, auch in der gleichen Stadt, allerdings an einer anderen Schule und bin dann an meine jetzige Schule gewechselt. Wir sind alle in Solingen Profilschulen, wenn man das so nennen möchte und meine Schule hat ein MINT-rezertifiziertes Profil tatsächlich mittlerweile, wo natürlich auch die digitalen Aspekte eine Rolle spielen, auch immer schon gespielt haben, bevor ich gekommen bin, sodass ich in ein System hinein wachsen durfte, was ich als sehr affin in der digitalen Welt beschreiben würde. meine ersten Tage und Wochen sind wie immer, wenn man irgendwo neu ist, ganz, ganz spannend und aufregend und mit viel Neuem konfrontiert, auch immer noch. Ich glaube, das hört auch nie auf. Ich hatte kleine Vorteile, denn ich kannte den Konrektor schon sehr gut aus anderen zusammenhängen und ich kannte auch einige Besege nennen, in dem Falle schon sehr gut, sodass es etwas einfacher war, hineinzukommen, weil man ein paar Anknüpfpunkte schon hatte und dann kam der Freitag, der 13. März und wir gingen alle in den Lockdown und da ich selber jemand bin, der auch versucht, immer neue Wege zu finden, was Digitalität angeht, habe ich mich am 11. März tatsächlich schon gedanklich auf den Weg gemacht, jetzt muss irgendwie eine digitale Plattform her, dass wir irgendwie gucken, dass wir uns ein Dach über dem Kopf bauen, sodass wir uns, wenn wir nicht mehr in der Schule sind, trotzdem begegnen können. Das habe ich gemacht und das klappt bis heute sehr, sehr gut, weil wir knapp 90% der Eltern mittlerweile auf dieser Plattform haben und der Rest wird gerade noch drauf geschaufelt, sodass das wirklich sehr, sehr verlässlich ist, kurze Wege, es ist eine App, die installiert werden kann, sodass man alles auf einem Endgerät hat. Ja, dennoch oder auch gerade deswegen bin ich an einer Grundschule und möchte hier direkt als Eingangsstatement so ein bisschen noch mal formulieren, dass da Digitalität nicht alles sein kann und darf und dass die Bindung einen ganz hohen Faktor ausmacht hat und der uns natürlich in diesen ganzen Monaten ein Stück weit abhanden gekommen ist. Meine Kolleginnen und Kollegen sehr, sehr kreative Ideen hatten, wie sie auch analog mit den Kindern und auch mit den Erwachsenen noch ins Gespräch gekommen sind. Das Beispiel, was mir wahrscheinlich meine ganze Laufzeit jetzt im Kopf bleibt, ist eine Kollegin weit über 60 in ihren letzten Dienstjahren, die gesagt hat, ich muss die Kinder mindestens einmal die Woche sehen, die liegen mir so am Herzen und die sind wie eine Entenfamilie jeden Samstag bei ihrem Gartenzaun vorbeigekommen und sie hat mit den Kindern gesprochen, sie hat neue Materialien übergeben und zusätzlich auch Videokonferenzen und digitale Dinge abgehalten und das ist so das, was ans Herz geht tatsächlich, weil ich da wirklich durch diese Beispiele meine Kolleginnen und Kollegen kennenlernen durfte und das viel, viel schneller das hört sich komisch an als ohne pandemische Krise ganz bestimmt ganz bestimmt Anna, wenn wenn ihr als Zuhörende heute Teilnehmende Fragen an Anna habt oder an Maike später, dann gebt diese Fragen über das Mentimeter Tool gerne direkt ein und den Link dazu findet ihr im Chat und dort könnt ihr nicht nur eigene Fragen loswerden, sondern auch die Fragen der anderen hoch wählen, sodass wir uns nachher mit den Fragen natürlich beschäftigen werden, die das meiste Interesse insgesamt haben, weil erfahrungsgemäß ganz alle Fragen schaffen wir nicht, aber schaut auf jeden Fall rein und schreibt eure eigenen Fragen rein und wählt diejenigen der anderen hoch, die für euch besonders interessant sind. Anna, du warst ja vorher stellvertretende Schulleitung an einer anderen Schule, für sechs Jahre hast du erzählt und meine Frage ist, wir sprechen heute über das Thema Führung, dann kam Corona dazwischen oder hat, wie du gerade schon geschildert hast, einiges beschleunigt und einiges ganz sehr auf den Kopf gestellt und tut das ja auch weiterhin. Mit welchen Vorsätzen bist du an die Schule gegangen? Also wie hast du das, wie bist du das angegangen? Vielleicht kann man zur Vorgeschichte noch sagen, dass ich mit knapp einer halben Stelle die Konrektoren Position gekleidet habe, wenn man das so ausdrücken mag. Wir haben selber zwei kleine Kinder und ich war zwischenzeitlich dann auch immer mal wieder in Elternzeit. Mir war aber immer klar, dass ich diese Zwitter Position als Konrektorin und Konrektor war mir nie gelegen. Ich durfte zwar etwas mit entscheiden, ich war aber nie diejenige, die am Ende auch den Motor noch mal richtig anschmeißen konnte und war immer ein Großteil der Stunden in meiner eigenen Lerngruppe oder eben im Fachunterricht, sodass man doch nicht immer alles mitbekommen hat. und die Motivation, die dahinter steckt und auch das. Also man sagt ja oft immer nur Negatives über sich und ich möchte an der Stelle einfach motivieren zu gucken, was man auch kann. Und jeder, der mich kennt, der diagnostiziert mir immer eine hohe Organisation und eine hohe Strukturiertheit und das war auch so ein bisschen der Öffner, das zu wagen mit zwei kleinen Kindern, wir sind vier und fünf, mit einem starken Mann tatsächlich im Rücken noch, der das auch alles mitträgt und das ist wohl bedacht. Eben hast du gesagt, Verantwortung für Veränderungen zu übernehmen. Das ist total spannend, weil man muss auch mutig sein und das ist ein riesengroßer Mutausbruch, den man da wagt, weil wenn man Verantwortung für Veränderungen übernimmt, dann kann das auch scheitern. Dann kann man auch richtig auf die Nase fallen und dann kann das auch echt blöd laufen. Aber das kann auch gut funktionieren. Das kann aber nur funktionieren und das ist das, was ich mir auf die Fahne schreibe in Führung oder Leitung, wie man das auch immer formulieren möchte, dass ich transparent bin, und zwar meiner gesamten Schulfamilie gegenüber und dass ich viel kommuniziere. Das kostet ganz viel Kraft und ganz viel Zeit, aber ich das Gefühl haben, informiert zu sein und angenommen zu sein. Man muss nicht immer einer Meinung sein und man muss auch nicht immer zu allem Ja und Amen sagen. Auch das hat eine starke Führung, indem man sagt, nein, das funktioniert so nicht aus den und den Gründen. Maike kennt das sicherlich aus ihrer langjährigen Erfahrung. Dann sind die Kollegen mal zwei, drei Tage mit so einem Gesicht unterwegs und finden dich total blöd. Das ist okay, aber sie haben eine klare Kante und können sich auch dann darauf verlassen. Und dieses Hin und Her und Wisch und Wasch, das ist zumindest nicht meins. Ich kann ja immer nur für mich sprechen. Und weiterhin optimistisch. Ja? Entschuldige, das hört sich aber durchaus nach einem Vorsatz an, mit dem du auch sozusagen an die neue Schule gegangen bist. Vielleicht kannst du gar nicht anders, aber immerhin hört sich das, wenn wir über Führung sprechen, nach dem an, wie du Führung verstehst und leben möchtest. Ja, und auch eine gute Portion Optimismus. Also ich hatte heute, wir haben im Vorgespräch eben noch darüber gesprochen und ich mag ganz ehrlich sein, es ist Freitagnachmittag gleich halb fünf. Jeder von uns hängt ein wenig durch und ich finde das klasse. Ich sehe hier knapp 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, das ist fantastisch toll. Heute hat eine Kollegin zu mir gesagt, hättest du dir doch mal einen anderen Beruf aufgesucht? Nein, meinten sie natürlich ein wenig im Scherz, wir hatten heute wirklich ganz, ganz unschöne Sachen, die gemacht werden mussten und ich habe gesagt, nein, das ist herausfordernd und ich nehme das an und ich bin risikobereit. Ja, das bin ich. Und ja, das kostet auch viel Kraft und der kleine Appell in dieser großen Runde ist, wir müssen dennoch auf uns aufpassen. Also ich war heute um halb eins zu Hause und da stehe ich auch zu. Ich habe gesagt, jetzt ist wirklich Feierabend, es gibt nichts mehr. Wildes, was heute noch arbeitet, besprochen, weggearbeitet werden muss und dann bin ich nach Hause gefahren und habe Pause gemacht. Wow, herzlichen Glückwunsch. Danke. Das kann ich an der Stelle sagen. Herzlichen Glückwunsch. Anna, es kam, über Mentimeter kommt die Nachfrage, die schon sofort sehr detailliert wird. Welches, von welchem Tool hast du gesprochen, wo ihr jetzt mit den Eltern vernetzt seid? Erzähl doch mal ein bisschen, wie ihr das konkret gemacht habt, weil das ist ja auf dem Wege der Vernetzung sicherlich eine wichtige Sache. Richtig. Ich muss vorweg sagen, wir haben von der Stadt Solingen die Möglichkeit, das Kosten, also dann über die Stadt Solingen, das unser Schulträger gleichzeitig aus DUI zu nutzen. Das habe ich aber nicht genommen. Nicht, weil ich es nicht gut finde. Ich finde es sehr gut und viele meiner Kolleginnen und Kollegen im Schulleitungskreis nutzen das auch an ihren Schulen. Nur es musste schnell gehen. Und die Instanz mal eben schnell, das ging nicht. Und deswegen nutzen wir tatsächlich den Schulmanager als Kommunikationsplattform mit unterschiedlichen Tools, die ich jetzt tatsächlich auch für ein Jahr erst einmal eingekauft habe. Ich hätte jetzt zum neuen Schuljahr wechseln können. Das hätte über die Ferien überhaupt, das wäre kein Problem gewesen vom Zeitlichen her. Ich habe das aus folgendem Grunde nicht getan. Das ist ein fest installiertes System geworden bei mir an der Schule für meine ganze Schulfamilie. Sprich mein Kollegium, meine Kinder, also meine Schulkinder, meine Eltern, alle im multiprofessionellen Team. Und hätte ich denen das jetzt weggenommen, hätten sie von vorne anfangen müssen. Und das habe ich nicht gemacht. Und dadurch, dass wir selbstständige Schule sind, gab es da noch so einen finanziellen Topf, aus dem ich ein wenig schöpfen durfte. Und das habe ich getan. Und alle waren mir sehr, sehr dankbar, dass ich das getan habe. Ja. Und wir nutzen mittlerweile mehrere Tools, die erleichtern uns vieles. Das ist von Ressourcen, Buchungen, Raumpläne und, und, und. Das macht vieles wirklich einfacher. Und ich finde das großartig, weil es uns ganz viel Zeit erspart und ganz viele Wege und Gespräche, wenn es wirklich nur um so administrative und organisatorische Angelegenheiten geht. Verstehe. Anna, eine Frage, die jetzt wir wechseln, die Ebenen, ganz munter. Eine Frage, die mich interessiert, wenn wir über Führungsverständnis sprechen. Du hast schon dieses Verantwortung für Veränderung übernehmen als Einführungsverständnis, was du durchaus auch teilen würdest, mitbeschrieben. Wolltest, ich höre auch daraus, du wolltest ja deine Schule auch tatsächlich führen und nicht nur leiten. Aber meine Frage ist, wir sprechen von Schulleitungen aus gutem Grund. Ist diese Unterscheidung für dich überhaupt wichtig gewesen? Schulleitung, also Schule leiten oder tatsächlich eine Schulfamilie führen? Und wenn ja, was ist so, hast du da einen theoretischen Unterbau oder irgendwas, wo du sagst, das habe ich gelesen und als ich das gelesen hatte, wusste ich, in diese Richtung will ich das machen. Wenn ja, teile deine Geheimnisse mit uns. In dieser Hinsicht. Ja, das ist sehr schön formuliert. Ich glaube, also nicht ich glaube, sondern für mich ist wichtig, dass ich natürlich bin ich der Kopf, wenn man das so sagen möchte, auf dem Papier, an meiner Schultüre, auch auf allen, Dokumenten, die erste Gemeinsamkeit, die ich gerne zusammenfügen möchte, ist Schulleitung, nämlich nicht Schulleiterin und Konrektor, sondern wir sind, wir sind beide gleich informiert. Also wir wissen beide alles und natürlich halte ich am Ende den Kopf für irgendwas hin und entscheide das, ja. Aber mein Konrektor ist bei uns im Team komplett gleichwertig. Er hat viele ganz, ganz wertvolle Aufgaben, die nicht nur heißen Vertretungsplan und Stundenplan stecken und schreiben. Was ist so da, was macht man denn als Konrektor? Ja, man schreibt einen Stundenplan und steckt irgendwie Vertretung. Nein, ja auch, aber nicht nur. Das ist so das Erste. Und natürlich leite ich auch durch Krise. Ja, ich gehe leite, versuche einen Weg zu formen, aber ich führe auch einzelne Gruppen zusammen und die dürfen ein Stück selbstständig führen, weil die da einfach ihre Expertise haben und die können das dann da am Besten und die wissen das besser als ich in dem Moment und dann weiß ich mal wieder besser irgendwas. Ich bin dafür zuständig, dass mein vernetztes Denken den Oberbau hat, dass ich das alles im Kopf habe, wer wo, wann, mit wem und überhaupt arbeitet und interagiert. Ich glaube, ich muss auch ein bisschen reflektieren über das, was so meine einzelnen Teams im großen Team machen. Aber ich gebe denen auch die Möglichkeit, sich einbringen zu dürfen. Ich habe kein Problem damit zu sagen, das ist eine bessere Idee, das machen wir so, weil das kommt von euch und das hört sich echt gut an, weil ihr seid im operativen Geschäft, jeden Tag vor Ort an der Front mit unseren tollen Kindern und den Genuss habe ich nicht immer. Es sei denn, sie kommen an meiner offenen Schulbüro-Tür vorbei und fragen mich, wie es mir geht und was machst du denn da eigentlich? Anna, hast du, wie du es jetzt beschreibst, hast du das über die Jahre als Konrektorin und jetzt das halbe Jahr als Rektorin so entwickelt oder hast du sozusagen dich parallel schlau gelesen und magst uns sagen, an dieser oder an der Stelle, ach, das fand ich so gut und irgendwie, das fasst es für mich so zusammen. Also es wird uns und den Zuschauern vielleicht helfen, da noch zu gucken, wenn ich so sein möchte wie Anna fröhlich, dann lese ich mal das. Auf, Johanna. Nein, ich habe tatsächlich keine Literatur zur Führung, Leitung von Schulen oder so gelesen. Das ist nicht meins, das ist ganz viel Herz und auch ganz viel Bauchgefühl. Was ich tue, wo ich lese tatsächlich, ich bin auf Twitter unterwegs, tausche mich da immer wieder aus. Ich bin digital immer auch als Gast, also als Mitführerin unterwegs, wenn es um Warcamps und sowas geht, wo ich einfach mir einen Input hole. Ich tausche mich ganz viel aus, also auch privat, jetzt im eigenen Schulleiterkreis bei uns in der Schule. Ich gucke links und rechts, ich bin bei Instagram durchaus aktiv und was ja nicht, ich teile halt meine Gedanken, wie ich es hier mache und bekomme dadurch aber eben auch Feedback, aber halt eben auch inhaltliches Feedback. Natürlich ist es auch Bestätigung, aber es ist auch oft irgendwie eine konstruktive Kritik oder einfach ein Weiterdenken von. Ja, hier hat jemand im Chat gerade geschrieben, sehr zu empfehlen, Twitter-Lehrerzimmer, genau so ist das. Und da kann ich wirklich nur noch mal, mein Mann hat irgendwann auch gesagt, wie du Twitterst, warum, wie geht es eigentlich, er kommt halt aus einer ganz anderen Ecke und oh Gott und jetzt bist du auch noch auf Instagram so unter dem Motto, jetzt bist du diejenige, die bei, fotografierst du jetzt unser Essen? Und bis ich eben das so ein bisschen erklärt habe und das auch anderen erkläre, warum ich das tue, es ist für mich auch ein Stück weit wichtig, weil ich da noch mal meine eigenen Gedanken versuche zusammenzufassen und sie dadurch reflektieren kann. Der eine mag jetzt denken, ach Herr Jemine, jetzt ist da noch viel mehr Zeit, die da ins Land geht und die eine oder der andere mag vielleicht auch denken, ja, das ist vielleicht gar nicht so verkehrt und das muss jeder von uns für sich entscheiden dürfen. Auf jeden Fall, die einen lesen vermeintlich schlaue Bücher über Führung, die nächsten lesen Twitter-Lehrerzimmer aktiv mit, das gibt ja verschiedene Wege zu guter Schule. Anna, danke dir schon mal für die Einblicke in deine Welt als Schulleiterin und sozusagen deinen Ansatz. Ich würde mal einen Sprung machen. Ich würde einen Sprung machen. Wir kommen zu dir zurück und werden nachher noch weitere Fragen stellen, die jetzt über Mentimeter schon eingetrudelt sind. Das weiß ich. Wir hüpfen gemeinsam nach Hamburg, genauer gesagt nach Winterhude, wo Maike Schubert seit einiger Zeit in der Schulleitung ist und dort das Thema Virtualität, Digitalität von Anfang an natürlich auf dem Schirm hatte und auch noch weitergebracht hat. Und in der Ankündigung für das Webinar, Maike, schreibst du von lernwirksamer Führung. Da steckt viel drin, mehr als wir wahrscheinlich hätte kriegen, aber mich interessiert als Einstieg die Lernwirksamkeit. Was meinst du denn mit Lernwirksamkeit, besonders im virtuellen Kontext? Wir sprechen gleich über Führung, aber was meinst du mit Lernwirksamkeit und wie setzt dir das um? Also ich würde die Lernwirksamkeit auf zwei Ebenen sehen. Einmal natürlich soll die Führung und alles das, was Führung macht an der Schule, natürlich dazu führen, dass Schülerinnen und Schüler besser lernen können. Also dass es auch im Unterricht ankommt und wir wissen, dass das ein langer Weg ist, der durchaus nicht selbstverständlich ist, sondern da muss man eben auch schauen, dass das Zeit kostet und all das, was ich vielleicht direkt gut machen sollte, ist nicht sofort beim Schüler in einer Lernwirksamkeit da. Das wäre die eine Ebene. Und die zweite ist Lernwirksamkeit im Hinblick auf das System, dass man ein System gestaltet, also die Schule als System, dass dieses System sich lernend weiterentwickeln kann und zwar alle Beteiligten, die dort sind. Also auch das Schulsystem als Lernraum und dann willst du dort als Schulleiterin lernwirksam auch führen. Jetzt ist meine Frage an dich, die nächste Frage, lernwirksame Führung, was ist für dich Führung? Kannst du das auf den Punkt bringen oder, weil als Schulleiterin wird dir das eh zugestanden, aber was heißt das für dich? Mit welchem Selbstverständnis gehst du in diese Führungsrolle rein, die du ja unzweifelhaft hast oder haben sollst? Ich bin natürlich auch immer noch eine Lernende, das ist klar. Also ich habe ja damals in Neumünster angefangen 2015, wobei ich vorher schon didaktische Leitung war und also auch schon in einer Führungsrolle war. Ja, ich sehe mich so als diejenige, die eine Vision mit den, mit den, ja mit allen erarbeitet, also ob das Lehrer, Eltern, Schüler, das gesamte Personal ist. Führung finde ich auch noch insofern wichtig und ich glaube, das verändert sich gerade im Führungsbild. Also wenn man jetzt Menschen fragt, was ist ein guter Schulleiter, was tut er dann eigentlich? Und dann erlebe ich eben noch viele, die so an einen Schulleiter denken, der ja so eine Papa- und Mama-Rolle einnimmt, der für alle in der Schule da ist, der immer ein nettes Wort hat, der jeden Nagel und jede Steckdose in der Schule kennt, der jeden Schüler kennt, sehr stark in Beziehung zu den einzelnen Menschen geht. Und ich sehe mich tatsächlich etwas systemischer. Das heißt also ich, wenn man sich praktisch die Schule jetzt mal so um ein Bild zu bemühen, als Garten vorstellt und die Schülerinnen und Schüler sind die Pflanzen und das, was da gedeihen soll und die Lehrkräfte und das pädagogische Personal sind die Gärtner, dann sehe ich mich nicht direkt das Beet mit umgraben, sondern ich versuche praktisch, dass die Lehrkräfte die vernünftige Schaufel haben, mit denen sie das umgraben, das vernünftige Werkzeug, die vernünftigen Kenntnisse, dass sie wissen, wie muss ich denn düngen, damit die Pflanzen wachsen? Also ich hoffe, das ist klar. Also ich sehe mich sehr stark in der Arbeit am System, in der Führung durch Visionen geben, durch Überblick behalten, durch Menschen zu ermöglichen, ihre Potenziale zu erfalten, also zu schauen, wo kann der jeweilige Mensch, der jetzt in meinem System arbeitet, eigentlich sehr gut arbeiten, wo kann er das zur Entfaltung bringen, was ihm gut angelegt ist, sodass er zufrieden ist und für das System eben auch gute Arbeit bringt. So würde ich das jetzt erstmal im Groben formulieren. Ja, was mich interessiert, du hast dich in, wie du beschrieben hast, in Neumünster als didaktische Leiterin und dann Schulleiterin und jetzt auch in Winterhude schon sehr für gute Schule eingesetzt. Wie sieht dein Vorgehen da praktisch aus? Also zum Beispiel, was heißt es praktisch, Lehrkräften Schaufeln zur Verfügung zu stellen? Also ist das und am System zu arbeiten, weil ich würde probieren, noch eine Ebene praktischer zu werden, um das zu ermöglichen. Also schaust du, welche Fortbildungen sinnvoll sind oder lädst du selbst zu Fortbildungen ein oder um das Thema jetzt, um zum Beispiel an diesem Thema Entwicklung auch weiter lernen, der Lehrenden zu bleiben. Magst du uns da ein Beispiel von geben, wie du das verstehst, in diesem Gartenbild vielleicht zu bleiben und ganz konkret zu werden, was das heißt? Also wenn man sich jetzt meine Historie anguckt, dann bin ich 2001 nach Neumünster gekommen als Lehrkraft. Das war eine, würde ich jetzt beschreiben, konservative Realschule. Also wirklich im klassischen Sinne, so wie man sich eine Realschule vorstellt. Und dann im Zuge der Schulgesetzänderung in Schleswig-Holstein sollten wir daraus eine Gemeinschaftsschule, also eine Schule des gemeinsamen Lernens machen. Und in dieser Zeit bin ich didaktische Leitung geworden. Und da liegt auch mein Hintergrund. Das heißt, also ich habe mir dann praktisch eine andere Lernkultur selbst erarbeitet. Du hast das eben auch schon gefragt. Das war autodidaktisch. Das heißt, ich habe nicht darauf gewartet, dass jemand kommt und mir Fortbildung anbietet, sondern ich bin dann, soziale Netzwerke waren da noch nicht so mein Thema, aber ich bin dann auf Fortbildung gegangen. Ich habe mir Bücher angeschaut, sehr viel Andreas Müller habe ich gelesen. Ich habe mir gute Schulen bei Atenberg und damals zum Beispiel auch Winterhude angeschaut und habe geguckt, was bedeutet das andere Lernkulturen. Habe mir dann praktisch so einen theoretischen Hintergrund erarbeitet. Und dann in der Arbeit in der Schule haben wir zunächst einmal tatsächlich Teamstrukturen erarbeitet. Also und das war, das ist wirklich ein richtiger Knackpunkt. Also eine Schule, die erst mal noch klassisch organisiert ist, wo jeder Lehrer im Grunde selber entscheidet, was er so macht und mit welcher pädagogischen Haltung er dann so an was rangeht. Dazu zu bringen, sich jetzt Gedanken zu machen, was ist unser gemeinsames Lernverständnis? Wir einigen uns auf ein gemeinsames Lernmaterial und bauen praktisch unseren Unterricht gemeinsam als Fachteam auf und lösen praktisch die Autonomie der Lehrkräfte ein bisschen auf zugunsten von Teamstrukturen und kooperativen Arbeitsformen. Das halte ich also als ersten Schritt für zwingend. Ohne kooperative Teamstrukturen kann man eine Schule meines Erachtens nicht entwickeln. Und dann ist der nächste Schritt, den ich sehr wichtig finde, ist, dass man wegkommt vom Organisieren. Lehrkräfte denken natürlich immer stark in der Bewältigung ihrer Arbeit. Sie möchten stark Unterrichtsmaterial produzieren. Sie möchten stark organisieren. Aber Lernen, also selber Lernen und Reflektieren empfinden Sie oft als Zeitverschwendung. Das heißt, wenn ich jetzt komme in der Konferenz, wir wollen jetzt mal ein bisschen weiter lernen, ich stelle euch mal ein Modell vor und dann sprechen wir darüber, dann haben Sie immer was Wichtigeres zu tun. Dann sagen Sie mir also ganz ehrlich, wir haben so viele Sachen zu erledigen, jetzt kommst du mit sowas. Und da eine Kultur hinzubekommen, dass man gemeinsam voneinander lernt, dass man den Unterricht reflexiv betrachtet, was gelingt in meinem Unterricht, was gelingt nicht und nicht nur darauf schaut, welche Lernmaterialien wollen wir dann jetzt erarbeiten. Das ist ein Kulturwandel tatsächlich auch. Und das geht nicht so schnell, aber an dem habe ich sehr stark gearbeitet. Und ich muss jetzt sagen, im Vergleich der beiden Schulen, Neumünster war deutlich kleiner. Das war eine Schule mit knapp 600 Schülern und Mitte 40 Kolleginnen und Kollegen. Winterhude hat jetzt knapp 1300 Schülerinnen und Schüler und 120 Kollegen und Kollegen. Das ging leichter in Neumünster, sage ich mal so. Das ist also schon eine andere Aufgabe. Maike, du hast, also ich finde es bemerkenswert, sozusagen du hast ja als erstes gesagt Teamstrukturen, ohne dem würdest du es nicht tun und zweitens einen wirklichen Fokus, wo ich auch höre, das siehst du hast, deine Aufgabe als Führungsperson, diesen Fokus hochzuhalten auf reflexiven Umgang mit dem eigenen Lehren und da tatsächlich auch hinzugucken. Ich würde gern einen Schritt weiter gucken und auf den virtuellen Kontext, der ja auch nicht fremd ist. Du kommst ja eigentlich daher, das ist ja ein Thema, zu dem du auch viel schon gesprochen hast. Wir haben ja gerade ein Paradebeispiel eines erzwungenen virtuellen Kontextes, im Frühjahr gesehen mit den Schulschließungen. Was ist da bei euch passiert? Wie hast du reagiert als Schulleiterin, als Führungsperson in dieser Zeit der Schulschließung? Erzähl uns mal. Ja, da muss man sagen, wir waren vorher schon in dem Prozess, dass wir uns überlegt haben, wie sieht eine zeitgemäße Reformschule aus? Und wir hatten uns schon nach einem Modell, auch ein Führungsmodell, das sich Golden Circle nennt, wo man davon ausgeht, wenn Menschen ein Why haben, würden sie fast jedes Wie ertragen, also wenn man ein Warum hat. Also dieses Why zu erarbeiten, was ist unsere Schule, auf welche Frage ist unsere Schule eine Antwort? Das hatten wir schon gemacht und wir hatten uns auch schon auf Kompetenzen geeinigt, die wir im 21. Jahrhundert für wichtig halten. Und in diesem Prozess hatten wir uns auch schon so ein bisschen Lernplattform angeguckt oder Kommunikationsplattformen. Und aus der Oberstufe zwei Lehrkräfte hatten wir auch schon in der Abprobung. Und jetzt kam am 10.3. war es bei mir, das weiß ich auch noch genau, als mir irgendwie klar wurde, das läuft auf eine Schulschließung hinaus. Und dann habe ich mich mit drei Kollegen aus dem, aus meinem Digi-Team kurz geschlossen und habe die gefragt, ob sie es für möglich halten, dass wir diese Plattform dann jetzt schon ausrollen. Und wie die Digis so sind, sie sind schnell und sie sind, sie haben Lust, was zu tun. Und die haben dann tatsächlich in einer Woche diese Plattform für alle Schülerinnen und Schüler und alle Lehrer ausgerollt, sodass wir am Montag, erster Schultag, Hamburg war ja an den Ferien, wir waren ja nicht in der Schule zu der Zeit, praktisch den Kolleginnen und Kollegen, die noch einmal in die Schule mussten, dann eine Fortbildung geben konnten zu dieser Plattform. Und dann konnten wir tatsächlich direkt loslegen. Und das wurde in der Zeit total angenommen. Und wir haben dann im Verlauf der Zeit also wirklich was Großartiges geschafft, muss ich sagen. Da bin ich auch weiterhin stolz auf meine Kollegen und stolz auf unsere Schule. Wir haben eine virtuelle Schule errichtet auf dieser Plattform, die wirklich zu 90 Prozent das leistet, was eine Präsenzschule leistet. Also wirklich unglaublich gut. Die haben einen tollen Unterricht gemacht. Ihr habt MS Teams genutzt, richtig? Ja, ich versuche immer das Wort zu vermeiden, weil wir sonst immer ganz schnell in Datenschutz Diskussionen sind. Aber ja, wir haben MS Teams genau. Und wir sind tatsächlich begeistert davon. Und ich wollte noch mal sagen, vorhin klang an der Beziehung. Da muss man doch dann immer den direkten Kontakt haben. Also wir haben tatsächlich festgestellt, virtuell kann ganz schön viel. Und da muss, also man kann nicht so einfach sagen, virtuell ist es keine Beziehung und Präsenz ist immer Beziehung. Also wir haben festgestellt, dass man das Schnittmenge hat und dass man das schon sehr differenziert betrachten kann. Es gibt präsenten Schulbetrieb und dazu würde ich jetzt in der Corona-Zeit den zählen, der wirklich äußerst schädlich ist für Beziehungen und der äußerst schädlich ist auch für Lärm. Und da leistet eine virtuelle Schule an manchen Stellen wirklich deutlich mehr. Eine gute virtuelle Schule, sage ich mal. Eine gute virtuelle Schule. Maike, vielen Dank für den Einblick in das, was ihr da gemacht habt. Ich kann mir vorstellen, dass genau an der Stelle das auch noch Fragen gibt. Und bevor wir jetzt auf die, sozusagen in die Fragenrunde einsteigen und die vielen Fragen, die schon auch da sind von den Teilnehmenden im Webinar, würde ich zu einer kleinen Reflexion und Gruppenphase einladen. Wird nur sechs Minuten dauern und ist folgendermaßen vorgesehen. Die beiden Fragen zunächst mal für Sie selbst und für euch selbst ist, welche neue Erkenntnis möchte ich für die eigene Schulentwicklung von heute mitnehmen? Also welche Erkenntnis haben Sie gerade schon gehört? Und dann, welche von denen möchten Sie eigentlich mitnehmen und in der eigenen Schulentwicklung berücksichtigen? Und die zweite Frage ist, wo möchte ich bei den beiden Referentinnen nochmal nachfragen, um etwas besser zu verstehen? Einige Fragen haben Sie schon gestellt, andere Fragen vielleicht noch nicht. Überlegen Sie genau zu diesen beiden Fragen einmal noch kurz für sich. Die Fragen tauchen auch im Chat auf. Sie haben jetzt gleich in Vierergruppen sechs Minuten Zeit, um das mit den wahrscheinlich drei Leuten, die mit Ihnen zusammen dort sind, gemeinsam zu besprechen. Und dann sehen wir uns im großen digitalen Rund wieder für die letzten Viertelstunde Fragen und Antworten. Also jetzt in Vierergruppen Reflexion zu diesen beiden Fragen. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück hier in der großen Runde. Ihr habt gerade in den kleinen Gruppen überlegt, welche Fragen ihr auf jeden Fall noch an die Referenten stellen wolltet. Und natürlich ist dazu weiterhin der Mentimeter da, um diese Fragen zu stellen. Und ich würde Lena jetzt mal bitten, die die ganze Zeit schon eure Fragen anschaut, was denn gerade das ist, was am drängendsten oder am meisten, was vielleicht die Frage ist, die gerade die am meisten Interesse hervorruft. Und Lena wird sozusagen jetzt auch direkt mit Maike und Anna sprechen. Vielleicht geht die eine Frage in die ein oder die andere in die andere Richtung. Lena, was gibt es? Ja, ich würde mal zwei Fragen bündeln vielleicht. Und dann sucht ihr euch aus, Maike und Anna, wer worauf oder vielleicht auf beides antwortet. Also zum einen gibt es die Frage, wie macht man denn die ersten Schritte hin zur Veränderung an der eigenen Schule? Also was würdet ihr neuen Schulleitungen raten oder Schulleitungen, die sich auf den Weg machen wollen, etwas zu verändern? Also Maike, du hast ja gerade auch schon mehrere Beispiele genannt. Stichwort kooperative Teamstrukturen und überhaupt erst mal einen Kulturwandel hin zu mehr lernen und reflektieren und nicht nur organisieren. Aber ich glaube, da gibt es einen Bedarf sozusagen, noch mehr Tipps von euch direkt zu hören, wie man da das Terrain vorbereiten kann. Und eine zweite Frage, ich stelle vielleicht mal gleich zwei, dann haben wir nicht so viele Wechsel. Welche neuen Herausforderungen und auch Verantwortungen, also hier Stichwort auch Datenschutz, wurde ja auch schon kurz erwähnt, kommen mit dem Digitalisierungsprozess auf euch als Schulleitungen eigentlich zu? Es gibt dann noch weitere Fragen, die würde ich dann noch in der nächsten Runde mit aufnehmen. Also ich würde ganz kurz eine Empfehlung geben, wie man die ersten Schritte machen kann. Also Empfehlung ist ja auch immer so eine Sache. Aber ich würde tatsächlich sagen, hört ins Team rein, hört ins Kollegium rein und redet mit den Menschen, die da drin sitzen, was sie bewegt und was sie möchten. Es ist ja immer schön, was wir möchten. Und wir sind an einigen Stellen ein Stückchen weiter in dem vernetzten Denken unterwegs. Und dann geht kleine Schritte mit dem Kollegium. Denn jeder kleine Schritt, jeder kleine Mutausbruch ist etwas, was gefeiert werden muss. Und dann habt ihr es leichter, wenn ihr mit den Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeitet und nicht von oben irgendetwas Gutes, was es definitiv ist, anordnet und durchdrücken möchtet. Ja, also bei mir war das so, also zwei verschiedene Situationen kann ich, in Neumünster war es so, da kam der Puls von außen. Da wurde eine Schulart abgeschafft und wir waren praktisch in dem Druck, jetzt was zu tun. Das ist eine schöne Situation, weil man dann muss und dann braucht man im Grunde den Prozess nur gestalten. Und natürlich gestaltet man ihn so, wir haben damals ein Klausurwochenende gemacht, wir haben uns Filme angeguckt, damals Treithäuser der Zukunft und haben uns innovative Schulen angeguckt. Und das ist zum Beispiel auch was, was ich immer empfehlen kann. Das heißt also in Veränderungsprozessen immer erst mal den Blick weit machen und verschiedene Möglichkeiten aufzeigen, dass das eine Vision entstehen kann, außerhalb der eigenen Vorstellungskraft, die man vielleicht zunächst hat. In Hamburg war es anders, da war Digitalisierung halt das Thema und auch da haben wir den Versuch, den Prozess groß aufzusetzen. Also wir sind praktisch ganz konkret mit einem Projekttag gestartet, den haben wir Lust auf Zukunft genannt und haben dort mit der gesamten Schulgemeinschaft uns Gedanken darüber gemacht, wie verändert Digitalität eigentlich unsere Welt. Was wird anders? Die Schüler haben dazu gearbeitet in ihren Gruppen, die Lehrkräfte haben dann später am Nachmittag weitergemacht, da konnten die Schüler dann dazukommen. Ich habe vormittags mit dem Elternrat gearbeitet und am Nachmittag haben wir diese ganzen Ergebnisse zusammengetragen und haben daraus dann unseren Nordstern gemacht und haben uns dann auf diese Kompetenzen geeinigt, die wir anwarnen wollen. Und dieser Tag, dieser gemeinsame Tag mit Visionen, mit Ideen, wo das Blickfeld aufgeht, der hat unglaublich viel Spaß gemacht und der hat unglaublich viel Energie auch freigesetzt. Das kann ich also tatsächlich nur empfehlen, sowas zu tun. Ja, danke sehr. Lena, was gibt es für weitere Fragen? Ich würde nochmal nachhaken wollen, genau bei jetzt bei dem aktuellen Digitalisierungsprozess. Da war nochmal großes Interesse, nochmal wirklich nachzulichen. Was sind jetzt die neuen Aufgaben, neue Verantwortung und Herausforderungen, die da konkret auf euch als Schulleitungen zukommen? Vielleicht den Aspekt nochmal. Ja, soll ich nochmal anfangen? Also ich spreche immer von allgemeinen Effekten. die Digitalität hat und die wir sofort in der Führung spüren. Wenn man eine digitale Plattform einsetzt, dann hat man sofort einen Beschleunigungsprozess. Der ist wirklich spürbar in der Kommunikation. Das geht alles viel, viel schneller. Man merkt sofort die Entgrenzung von Raum und Zeit. Das heißt, die Kommunikationsprozesse finden auch asynchron statt. Das ist nicht so wie in der Schule, dass ich warten muss, jetzt kommt die Lehrerkonferenz, jetzt ist hier dieses Gremium dran und jenes Gremium, sondern die Kommunikation läuft im Prinzip kreuz und quer. Es wird diskutiert und dadurch wird es schneller. Das führt aber auch zu einem Anstieg von Komplexität für uns, weil wir, also so Gremien jetzt zu leiten, ist das eine. Aber so ein Kommunikationsprozess im Blick zu behalten und zu gucken, wo kann ich was laufen lassen, wo muss ich eingreifen, wie steuere ich das Ding überhaupt noch. Das ist wirklich schwieriger und sehr komplex. Und wir haben die Möglichkeit, tatsächlich über Digitalität die Schulgemeinschaft noch besser einzubinden, also die Partizipation noch mal deutlich zu erhöhen. Aber ich nenne das Facebook-Effekt. Wir kriegen eben auch die gesamten Emotionen über diese Plattform dann direkt zu spüren. Das heißt, wenn dann jemand sauer ist und vielleicht früher im Lehrerzimmer geschimpft hätte mündlich, dann lesen wir das jetzt also auf der digitalen Plattform mit all dem, was dann da agitation auch plötzlich möglich wird und so weiter. Also dieser ganze Prozess, der wird doch deutlich komplexer und schneller. Anna, Nick zustimmt. Wolltest du da noch was ergänzen? In dem Falle, genau das, was Maike gerade gesagt hat, es wird schneller und es entlädt sich auch vieles schneller, weil es ja schriftlich ist und nicht mehr von Angesicht zu Angesicht. Dann ist das schnell getippt und schnell abgeschickt. Einige Kollegen haben auch zu Recht ein wenig kritisiert, dass man, das Gefühl vermittelt, man wäre dann immer erreichbar, wo man auch ganz klar nochmal für sich selber Grenzen ziehen muss. Das ist in so einer virtuellen Abbildung schwerer möglich. Wir wissen alle, dass man sich ganz schnell in Raum und Zeit im Internet verliert und dass das alles irgendwie ganz anders gelebt wird. Und da muss man wirklich auch für sich Entscheidungen treffen, so jetzt entweder ist die App nicht auf meinem Handy oder ich habe die Push-Up-Benachrichtigungen nicht dabei, wie auch immer. Da ist es einfach wichtig, ein Stück weit auch Grenzen zu setzen, dass man keinem das Gefühl gibt, da kann ich auch um 22 Uhr nochmal was schreiben und auch Mensch, der antwortet ja sogar auch noch. Wie organisiert ihr denn die Zusammenarbeit im Kollegium? Also bei mir ist, achso, mach ruhig. Das ist aber, das ist eine Frage, da können wir ja noch eine Stunde füllen. Ich kann kurz anreißen, wie wir organisiert sind. Also wir wechseln von Konferenz, also wöchentlich einmal Konferenz, dann die nächsten zwei Wochen Teamzeit, dann wieder Konferenz. Die Konferenzen unterscheiden sich im Inhalt von einer pädagogischen großen Drei-Stunden-Konferenz und in einer ja quasi Dienstbesprechung informativen Konferenz, wobei ich, seit ich an der Schule bin, meine Westersburger Wochenmail eingeführt habe. Das heißt, jeden Montag gibt es von mir viele Informationen, die nicht kommentiert werden müssen, weil sie rein informativen Charakter haben als Mail, sodass man bestimmte Dinge da nochmal reingibt und das eben nicht alles sammelt und das dann alles einmal vorliest und auf der Konferenz Zeit vergeudet in dem Moment. Das habe ich da installiert, weil ich das eine sehr, sehr gute Kommunikationsmöglichkeit, also weil ich das so empfinde, dass es eine gute Kommunikationsmöglichkeit ist. Ja, bei uns sieht das ähnlich aus. Wir haben eine feste Teamzeit für die Kolleginnen und Kollegen, die mit vier Klassen gemeinsam Klassenlehrer sind. Das ist am Vormittag und wir haben jeden Mittwoch dann nochmal 90 Minuten für unterschiedliche Konferenzen. Da wechseln sich Lehrerkonferenzen mit Abteilungskonferenzen und auch mit Phasen der Unterrichtsentwicklung ab, sodass die Kollegen da in diesen Zeiten arbeiten. Aber durch die digitale Plattform, die wir haben, ist es tatsächlich so, dass ich zum Beispiel Informationen immer sofort reingebe. Das heißt, wenn ich von der Behörde etwas bekomme, stelle ich das sofort rein auf Teams, sodass ich praktisch gar nicht mehr in Konferenzen diesen Punkt Mitteilungen habe, weil die schon gelaufen sind. Und schön ist eben auch, dass auf dieser Plattform, das kann man schön übersichtlich machen, man kann auch nochmal nachblättern und so, da ist die eine echte Arbeitserleichterung. Diese Teams sind natürlich auch auf der Plattform abgebildet. Wir haben auch Möglichkeiten des Lernens abgebildet, wo Kollegen sich Fragen stellen können, wo sie sich gegenseitig Fortbildung anbieten können und so weiter. Also da läuft praktisch die digitale, virtuelle Ebene läuft neben der Konferenzebene noch mit. Ja, was ich neu installiert habe, tatsächlich während der Teamzeit zu Beginn, sind freiwillig angebotene Mikrofortbildungen seitens der Kolleginnen und Kollegen, damit wir auch nicht nur immer einen Input aus irgendeinem speziellen Fortbildungsthema haben, sondern möglichst viel Kleines auch schnell in die in die Großgruppe kommen kann. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, tatsächlich, weil das ist was Neues, was ich installiert habe und die Kolleginnen und Kollegen haben das angenommen und jetzt müssen wir gucken, wie das funktioniert, weil ich mich entschlossen habe, auf jeden Fall für dieses erste halbe Jahr auch den Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit zu geben, sich vielfältig fortzubilden. Wir haben auch einen gemeinsamen Fortbildungstag geschaffen haben, wo aber jeder nach seinem Gusto sich was aussuchen kann und ich nicht nur für ein spezielles Thema einen Referenten eingeladen habe und dann kriegen wir zu einem Thema einmal was ausgeschüttet. Das ist super, aber dann war es das. Das wird spannend oder bleibt einfach sehr interessant, wie sich das entwickelt jetzt bei mir. Dann noch eine weitere Frage, vielleicht zu der auch viele unserer heutigen Teilnehmenden gern die Antworten von euch hören würden, ist, wie ihr denn umgeht mit Eltern, die auch sonst schon, also allgemein auch schon eher schwer zu erreichen sind? Ich würde einmal anschließen, wenn das okay ist. Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, die ich mir gefühlt auch täglich stelle. Ich habe ein sehr aktives Kollegium, das heißt, die gehen tatsächlich auch vorbei, die reden mit denen von, also von Haustür zu Haustür, hätte ich fast gesagt. Wir versuchen, sie auf allen Kanälen zu erreichen. Wir holen uns aber auch Hilfe aus unseren multiprofessionellen Teams. Also meine Schulsozialarbeiterinnen sind mit integriert, die gehen da rein, weil es oft noch mal eine andere Ebene ist. Wir holen uns Dolmetscher und Übersetzerinnen und Übersetzer vom KI. Also das ist unser kommunales Integrationszentrum. Wir versuchen gefühlt alles. Das hat uns tatsächlich positive Effekte gebracht. Also da gibt es speziell eine Kollegin, die da ganz große Schwierigkeiten in ihrer Klasse hat und die hat sich da so reingehangen. Die hat teilweise abends um 22 Uhr mit denen telefoniert, weil die Eltern gesagt haben, dann kann ich. Und dann hat sie gesagt, okay, dann machen wir das. Und dann hat sie sich darauf eingelassen und jetzt hat sie die Eltern im Boot. Das ist jetzt ein Paradebeispiel, aber die muss es auch geben, finde ich, weil man da noch mal stärkt und sagt, da lohnt sich einfach auch dieser zeitliche Mehraufwand. Ja. Ja, bei uns ist das so, also im Unterricht funktioniert das ähnlich. Also die Tutoren, die haben sehr guten Kontakt. Wir haben einen Beratungsdienst, der sehr intensiv arbeitet. Auf der Ebene klappt das. Auf der Ebene der Schulentwicklung, also das Einbringen in Schulentwicklungsprozesse, da haben wir tatsächlich noch keine Lösung gefunden. Also diese Eltern sind da tatsächlich dann nicht involviert und auch unser sehr aktiver Elternrat, die sind auch unglaublich leistungsfähig und rührig, auch die schaffen es nicht, diese Personengruppe, also in diese Schulentwicklungsprozesse mit hineinzunehmen, leider. Vielleicht ist es dann aber manchmal auch wichtig, für sich zu entscheiden, dann ist es auch okay so, weil verschiedene Barrieren da sind, ob es eine sprachliche Barriere ist oder andere Dinge. Also ich versuche immer meinen Kolleginnen und Kollegen zu sagen, dass die Eltern das vielleicht auch nicht mit Boshaftigkeit machen, sondern dass sie vielleicht auch einfach durch ihre Herkunft, durch ihre Nationalitäten auch ein anderes Gefühl für Schule haben. Ja, aber wichtig ist und bleibt es und das ist richtig, was eben Lena, du noch mal in den Fokus gestellt hast, es muss ja eine Erreichbarkeit da sein. Egal zu welchem Thema und wenn wir ganz klein anfangen mit auch schönen Nachrichten übrigens für die Eltern, nicht immer nur diese negativen Anrufe von wegen ihr Kind hat das und das gemacht, sondern einfach auch mal etwas Schönes mitzuteilen, dass das gut funktioniert hat. Ich habe noch eine weitere Frage in die Runde. Eines der Themen jetzt auch der Online-Woche ist tatsächlich auf den Kulturwandel kommt es an. Das ist fast schon eine These in dem Titel und das heißt, für das Thema Führung kann das heißen, dass man sich eher von einem Management-Denken hin zu einem Leadership-Verständnis bewegt und auch, Maike, wir hatten das im Vorgespräch besprochen von so einer Vorstellung von Schulleitung als Gremienarbeit hin zu etwas, wo eigentlich, wo man das, die Schule als ein lernendes, einen lernenden Organismus begreift. Und meine Frage an euch ist, seht ihr diesen, seht ihr diese Entwicklung und was gibt es da für praktische Beispiele für an euren Schulen, dass das auch funktionieren kann? Unser Interesse ist ja, gute Schule zu gestalten, deswegen wollen wir das natürlich auch neue Ansätze, keine Luftnummern sind, sondern tatsächlich, dass es funktioniert. Habt ihr Beispiele? Vielleicht fangen wir in Winterhude an. Ja, also Winterhude war eine Schule, die Partizipation sehr intensiv schon gelebt hat, über sehr ausgefeilte Gremien, die installiert waren. Nun sind Gremien ja immer dadurch gekennzeichnet, dass sie eine feste Gruppe sind. Meistens werden Menschen hineingewählt und da wäre dann schon meine erste Kritik. Dieses Wählen ist ja nicht immer nach den Kriterien, nach denen man das möchte. Also man wählt ja nicht immer die fähigsten Leute aus, sondern da spielen soziale Geschichten eine Rolle. Und deswegen gefällt mir das tatsächlich nicht ganz so gut, dieses Hineinwählen, weil für mich der Anspruch wäre, in meinem System soll sich eigentlich jeder beteiligen können, der sich beteiligen möchte und zwar auch an der Stelle. Und das leisten Gremien häufig nicht und sie sind auch dann oftmals nicht agil genug. Und das ist durch die Digitalität natürlich, durch digitale Kommunikationsplattformen, auf denen man dann Arbeitsgruppen zusammensetzen kann, ist das natürlich anders und die sind schneller und ich kann mich einbringen, wenn ich mich einbringen möchte. Und wenn ich meinen Pulver verschossen habe, sage ich jetzt mal, dann könnte ich mich auch wieder in eine andere Gruppe einbringen. Also praktisch ein fließenderes System, das ein bisschen schneller ist, das beweglicher ist. Wir haben das in Wetterhude zuerst mit Padlets gemacht. Da gehört natürlich auch immer eine Transparenz dazu. Also wenn ich mich einbringen will, muss ich ja wissen, wo sind welche Gruppen, wo stehen die gerade. Also wir haben es erst mit Padlets versucht vor Corona und das liegt auch gut übrigens, dass das funktioniert, das kann man machen. Jetzt ist das zu Teams rübergerutscht und muss aber noch weiter elaboriert werden. Also das ist sicher noch nicht fertig. Da sind wir am Arbeiten. Aber man merkt schon, es wird agiler, es können sich mehr Menschen einbringen, auch mit Nachteilen teilweise übrigens. Also die Kommunikationsprozesse werden nicht einfacher. Dann erzähl uns doch mal von den Herausforderungen, um das auch nicht, also den Schwierigkeiten. Lass uns ehrlich sein mit dem Scheitern an solchen Stellen, weil es ist ja nicht alles nur schöne neue Welt. Und ich möchte eine Frage aus sozusagen, der Fokus auf das, was auch da schwierig ist, interessiert mich. Und dann möchte ich eine Frage aus dem Chat anschließen, nämlich geht ein bisschen in diese Richtung. Wie gelingt es in Winterhude, den Diskurs über das Lernen in diesen verschiedenen Kooperationsstrukturen stets aufrechtzuerhalten und sicherzustellen, dass was ankommt? Weil in der Diffusität, die ja auch manchmal sich einstellen kann, kann ja auch was verloren gehen. Was ist dein Erleben dieser Herausforderung, Maike? Ja, also was ist schwierig, ist natürlich, wenn ich jetzt ein festes Gremium habe, das jetzt arbeitet kontinuierlich, dann stellen die sich aufeinander ein, der Arbeitsprozess nimmt so seinen Lauf. Wenn ich jetzt wechselnde Teilnehmer habe, das heißt, einer geht mal raus, dann kommt jemand Neuer rein, dann habe ich natürlich immer das Problem, dass es sein kann, dass der Neuinzugekommene jetzt plötzlich wieder diskutiert über einen Punkt, der im Grunde schon abgearbeitet war. Und das sorgt dann für viel Frust. Ich habe auch das Problem, dass es läuft ja nicht immer alles Friede, Freue, Eierkuchen. Darüber müssen wir uns ja auch klar sein. Also es gibt auch Menschen, die versuchen, Entwicklung zu verhindern. Und die versuchen das auch nicht immer mit fairen Mitteln, muss man ganz klar sagen. Und die haben natürlich tatsächlich in so einem System auch mehr Möglichkeiten, Störfeuer zu setzen und nutzen das auch. So, das wäre das andere. Und wie gelingt es, das zusammenzuhalten? Das ist echt eine Aufgabe und das flutscht einem tatsächlich dann und wann weg. Also das ist, dann ist das plötzlich, oder es ändert sich was und man denkt, ah, jetzt muss es doch anders. Also das ist wirklich hochkomplex zu führen und das gelingt nicht immer. Also da gehen auch manchmal Dinge verloren. Da war man schon an einem Punkt und plötzlich fängt man wieder von vorne an. Also das ist nicht so, dass ich sagen kann, Mensch, wir machen das super, das geht immer voran und wir machen keine Fehler, sondern da gibt es immer Umwege wieder und es ist schwierig. Es ist ganz schwierig, da den Überblick zu behalten. Und dieses gemeinsame Lernverständnis übrigens, das erfordert Synchronität. Und das erfordert tatsächlich auch mal Zeit und einen ganz zähen Diskussionsprozess. und das ist in Neumünster leichter gewesen, weil es einfach auch weniger Menschen waren. Und hier in Winterhule durch diese vielen Menschen ist das schwierig und das haben wir noch nicht geschafft. Also das ist tatsächlich, wir sind nicht an dem Punkt, wo ich jetzt sagen würde, das ist Gesetz und unser Lernverständnis. Und das wäre jetzt tatsächlich wichtig, dass wir das hinkriegen. Okay, danke. Danke für den ehrlichen Einblick und den offenen. Ich glaube, das ist für alle, die sich in diese Richtung aufmachen, wichtig zu wissen, dass das genau eben auch seine Herausforderungen hat, die zu kennen und damit umzugehen. Ich höre von dir, Maike, das siehst du komplett als deine Aufgabe, dich da sozusagen ins Auge des Sturms zu stellen, da Ruhe reinzubringen, aber natürlich auch zu entscheiden in einigen Situationen. Ungefähr richtig. Ja, 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 aber das mit dem Entscheiden ist halt so eine Sache. Also ich kann natürlich nominell Dinge entscheiden und ich kann auch nominell Dinge durchdrücken, nur das Problem ist, und dann sind wir wieder bei der Lernwirksamkeit, das muss ja gelebt werden im Alltag. Und wenn ich keinen Konsens habe, das heißt, die Menschen zwar jetzt ertragen, dass ich eine Entscheidung getroffen habe, aber das nicht mittragen in ihrem Handeln und Tun, dann habe ich davon nichts. Also ich muss sie irgendwie überzeugen, das hilft nichts. Auf die eine oder die andere Art und Weise. Maike, danke sehr. Danke für die Einblicke. Ich möchte noch einmal mit Anna, ich habe eine Frage an dich, und zwar geht es in eine ähnliche Richtung. Ich habe mit dir im Vorgespräch gehört, wie wichtig dir das ist, dass wir ehrlich miteinander sind und dass wir auch ehrlich über das Scheitern sprechen. Ich will nicht das Webinar auf so einer untypischen Note nur auf dem Scheitern beenden, aber was mich interessiert ist, tatsächlich, was waren aus deiner Sicht die Herausforderungen und wie ist es, hat die Zeit der Schulschließung, die ja auch für euch in der Zusammenarbeit im Team herausfordernd bestimmt war, hat die deinen Blick auf Schulleitung und die Führung dieser Schule schon verändert oder seid ihr praktisch zurück zum Normalen gekommen? Wie war jetzt diese virtuell erzwungene Erfahrung, wie hat es deinen Blick verändert jetzt? Du sprach Schwierigkeiten und Herausforderungen an. Ich denke, ich bin ja ein sehr kommunikativer Mensch in jeglicher Hinsicht und habe immer schon Wert darauf gelegt, mit Menschen ins Gespräch zu gehen. Und das fällt natürlich ein Stück weit weg, wenn man nur noch wie jetzt auch virtuell unterwegs ist und man Dinge meint, vernünftig formuliert zu haben, dass es ganz klar ist und da gibt es dann auch kein Links und Rechts mehr und man dann aber ganz viel Störungen noch mal erlebt, weil sie es nicht richtig verstanden haben. Und das ist überhaupt kein Vorwurf. Und da hat es mir noch mal gezeigt, dass ich auch eine Vertrauensperson sein kann, denn erst dann, wenn Vertrauen da ist, sagen sie mir auch, ich habe was nicht verstanden, ich fühle mich da unwohl, können wir irgendwie da noch mal drüber sprechen. Da kann ich einen Lehrerrat mit einschalten. Auch das ist ja so eine Sache, ich sehe den überhaupt nicht als negatives Gremium an, sondern der hilft auch an vielen Stellen. Wenn sie aber auch direkt zu mir kommen, habe ich das Gefühl, dass sie ein Vertrauen zu mir aufgebaut haben und auch mich noch mal um Hilfe bitten, das noch mal klarzuziehen. Und das war tatsächlich in der Zeit des Lockdowns einfach schwierig. Da habe ich oft auch noch mal Einzelgespräche geführt oder da hat jemand noch mal gesagt, kannst du noch mal kurz nach dem Chat drinbleiben? Ich habe noch mal eine Frage. Das war einfach ganz, ganz anstrengend für alle. Man hat das Gefühl, man formuliert etwas und das ist doch klar, aber es ist überhaupt nicht klar. Und das kann ich natürlich in einem synchronen Setting viel einfacher und schneller aus der Welt räumen, als wenn man sich, wie ich es getan habe, und ich habe mich jede Woche halt mit allen einmal getroffen, mit jedem Jahrgang einmal getroffen. Also ich habe gefühlt auch nur vor der Kiste gesessen und hatte irgendwann so Augen. Aber es war notwendig, um viele Dinge auch noch mal richtig kommuniziert zu wissen. Und das ist einfach, das ist total herausfordernd und da hängt man dann viel länger drin. Ja. Ja, das war der Teil mit den Schwierigkeiten. Und jetzt meine Frage, was nimmst du mit, auch aus dieser Erfahrung des Kommunizierens über Distanz, in die Jetztzeit, wo ihr euch ja gerade treffen könnt? Ja, da nehme ich auf jeden Fall mit, feinfühlig mit Störungen umzugehen, wirklich meine soziale Kompetenz noch weiter ausbauen zu können und zu dürfen auch in dem Setting und auch agil sein zu können. Ich habe vor zwei Wochen, einen Tag vor der Konferenz, die komplette Konferenz umgeworfen, weil da Störfaktoren aufgekommen sind und ich gesagt habe, wir müssen das klären. Da führt kein Weg dran vorbei. Ich kann mit denen jetzt nicht drei Stunden über das Thema Digitalität und wie mache ich was, wann, wo mit Endgeräten besprechen und welche Apps brauchen wir überhaupt, sondern wir haben da ein anderes Thema. Und auch da noch mal mutig zu sein und auch ein Stück weit Vertrauen in sich selber zu haben, das wird echt blöd. Das Emotionalen wird es echt schwierig. Und wir müssen das aus dem Weg räumen, damit wir weiterarbeiten können. Und da hatte ich das Glück oder habe immer noch das Glück, dass wir in der Präsenz sind und dass wir das auch ad hoc lösen dürfen. Anna, vielen Dank für die Einblicke. Wir könnten noch viel weiter sprechen, um noch in diese Richtung und da noch nachzuhaken und wie ihr dies und wie ihr jenes gemacht habt. Ich hoffe, dass dir, Anna und dir, Maike, unser Gespräch gefallen hat. Und ich besonders hoffe, dass euch als Teilnehmenden, als Zuschauer heute was hängen geblieben ist, dass ihr was mitnehmt für eure Arbeit an den Schulen und für eure Arbeit am Kulturwandel und für gute Schule. Wenn ihr mögt, dann schenkt uns als Team von der Online-Themenwoche doch bitte euer Feedback. Wir haben großes Interesse daran, diese Wochen so gut wie möglich hinzukriegen. Und ihr helft uns mit einem Klick auf den Link zum Feedback. Das sind nur vier Fragen. Und uns helfen sie, die Themenwochen in weiteren Ausgaben so zu gestalten, wie sie für euch in eurer Arbeit hilfreich sein können. Im Programm der Online-Themenwoche geht es weiter um 18 Uhr mit der Vorstellung der neuen Preisträgerschulen. Also wer da neugierig ist, kann um 18 Uhr gleich in den nächsten Zoom-Raum rüber wechseln. Und morgen den ganzen Tag das Barcamp, wo jeder Sessions einbringen kann. Und seien es einfache Fragen. Barcamps sind nicht dafür da, als ExpertInnen aufzutreten und zu erklären, wie die Welt geht. Sondern jeder kann mit einer noch so kleinen Frage vorbeikommen. Und dann werden die Menschen, die ihn da beraten, zur Seite stehen können oder die Selbsterfahrung in dem Thema haben, die ihn und euch genau dabei helfen können. Heute um 20.15 Uhr gibt es noch ein Gespräch unter den Moderierenden dieser Themenwoche, wo wir uns darüber austauschen, was wir gelernt haben über Kulturwand und auch über das Moderieren solcher Formate. Das wird ein bisschen lockerer gehalten. Wer da vorbeikommen mag, ist auch an dieser Stelle ganz herzlich eingeladen. Ich möchte mich bei der Co-Moderation bei Lena bedanken. Vielen Dank, Lena. Und bei Kai in der Technik, bei den Teilnehmenden, die jetzt zugeschaut haben. Und nochmal ganz herzlich bei dir, Anna, und bei dir, Maike. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart und euer Wissen und eure Erfahrungen mit uns so ehrlich geteilt habt. Vielen Dank euch. Und jetzt beenden wir offiziell die Aufzeichnung dieses Webinars.